Willkommen beim Cappella Reader 8. Öffnen Sie eine Datei. Wählen Sie die Anordnung der Seiten, zum Beispiel Untereinander oder Nebeneinander. Besonders interessant ist der Modus Animiertes Blättern. Sobald Animiertes Blättern aktiviert ist, bestimmen Sie das weitere Vorgehen über den Zoom. Wenn der Zoom auf eine ganze Seite eingestellt ist, können Sie durch Wischen oben-unten seitenweise blättern. Das geht auch in Richtung links-rechts. Machen Sie bei gedrücktem Finger eine Pause. Dadurch ziehen Sie den Blättervorgang in die Länge und können mit dem Auge in Ruhe auf die nächste Seite folgen. Wenn der Zoom auf Seitenbreite oder weniger eingestellt ist, können Sie systemweise blättern, indem Sie in Richtung links-rechts wischen. Die graue Abdunkelung hilft bei der Orientierung. Spielen Sie das Stück vor. Spielen Sie die Cursor-Stimme Solo vor oder wählen Sie gezielt die zuhörenden Stimmen. Stellen Sie Tempo und weitere Vorspieloptionen ein. Machen Sie einen Stimmenauszug und drucken Sie das Ergebnis aus. Wenn Sie möchten, verwenden Sie die neue Touch-Oberfläche. Diese ist für Touch-Bildschirme optimiert, kann aber auch mit der Maus bedient werden. Und nun viel Spaß mit Cappella Reader 8. Bei uns jetzt genau, die er nicht besser ist. Wie sind Sie gerade die Kaffee-Vergung? Bei uns dann geht es um die Kaffee-Vergung.